Live Streaming auf YouTube ist zwar schon technisch länger möglich, in Deutschland, aber erst seit wenigen Tagen auch abrufbar. In diesem Tutorial aus dem Tutorial Center möchte ich dir erklären, wie es ganz einfach möglich ist, auf YouTube mit Hilfe eines Encoders live zu gehen, sodass du beispielsweise Spiele, deine Webcam oder andere Inhalte übertragen kannst. Dafür loggere dich zunächst auf YouTube ein und wechsle in den Reiter Live Streaming, wenn du auf YouTube Studio geklickt hast. Für gewöhnlich bekommst du diese Meldung, in der du auf Jetzt starten klicken und dein Konto mit deiner Telefonnummer bestätigen musst. Mit einem bereits bestätigten Konto landest du direkt im Bereich Jetzt streamen. Du hast auch die Möglichkeit, eine Veranstaltung zu erstellen. Erstellst du eine Veranstaltung, kannst du deine Abonnenten über deine Live-Veranstaltung schon vorab informieren. Allerdings ist das Streamen insgesamt nicht so intuitiv und einfach wie mit der neuen Option Jetzt streamen. Du kannst allerdings trotzdem auch Veranstaltungen nutzen, beides ist jetzt möglich. Ich werde eher auf Jetzt streamen aufgrund der Einfachheit und der besseren Verwendbarkeit eingehen. Zunächst hast du die Möglichkeit, die Metadaten des Videos einzustellen. Dazu gehört der Titel, die Beschreibung, die Kategorie. In den erweiterten Einstellungen kannst du außerdem noch Text hinzufügen. Über den Button Thumbnail ändern lädst du ein entsprechendes Vorschaubild für deinen Stream hoch. Unter Stream-Option wählst du, ob DVR, also das Vor- und Zurückspulen im Stream möglich sein soll und du stellst ein, ob die Aufzeichnung im Anschluss privat oder öffentlich geschaltet werden soll. Unter Monetarisierung wählst du, ob dein Stream mit Werbeanzeigen monetarisiert wird. Infokarten bietet dir die Möglichkeit, einen Inhalt von deinem Kanal zu empfehlen. Um nun jedoch direkt los zu streamen, benötigst du noch einen Encoder. Einen kostenlosen und sehr praktischen Encoder, den ich dir empfehlen kann, ist der Open Broadcaster. Diesen lädst du auf obsproject.com kostenlos herunter und installierst diesen. Zur ausführlichen Einrichtung des Programms habe ich bereits ein Tutorial erstellt, welches ich dir jetzt in der Infocard, in der Beschreibung und auf tutorialcenter.tv verlinkt habe. Um auf YouTube zu streamen, wechselst du in deinem Encoder in die Einstellung und suchst die Broadcast-Einstellung. Hier wählst du als Modus Livestream aus und als Streaming-Plattform YouTube bzw. YouTube Gaming. Hier kannst du den primären YouTube-Server auswählen und jetzt benötigst du den Stream-Key, welchen du hier im Live-Dashboard auf YouTube mit Hilfe von Anzeigen einblenden kannst. Du kopierst diesen mit STRG-C und fügst ihn mit STRG-V im entsprechenden Feld im Open Broadcaster oder deinem Encoder ein. Im Bereich Codierung wählst du die Bitrate. Die Bitrate entscheidet über die Streaming-Qualität, also Full HD, HD oder 480, 360, 240p. Umso kleiner die Bitrate, umso geringer die Qualität. Ist dein Internet eher schwach, besonders der Upload, solltest du eine geringere Bitrate von etwa 1000 wählen. Hast du ein starkes Internet, dann macht beispielsweise eine Bitrate von 8000 für ein Full HD-Stream Sinn. Übernimm die Einstellungen mit Klick auf Übernehmen und OK und starte das Streaming. Hier dauert es einen kleinen Moment, bis die Daten von YouTube empfangen werden. Der Zustand wechselt in Wird gestartet und in wenigen Momenten wird dein Stream an deine Abonnenten übertragen. Hier im Vorschaufenster siehst du, was aktuell gestreamt wird. Du hast eine Übersicht über deine Zuschauer, siehst wie lange du schon streamst und siehst hier unten Analyse-Daten. Du kannst erkennen, wie viele Zuschauer dir zusehen und wie viele Nachrichten im Chat geschrieben werden. Du kannst ebenfalls den Stream teilen oder ihn auf der Wiedergabe-Seite einmal selbst ansehen, um zu überprüfen, ob alles funktioniert. Hier unter anderem finden die Zuschauer den Chat. Du kannst auch einzelne Zuschauer zu Moderatoren ändern. In den Chat-Einstellungen hast du die Möglichkeit, den Live-Chat zu deaktivieren oder zu aktivieren und kannst Spam-Nachrichten automatisch blocken. Und natürlich auch selbst mitchatten. Streamst du gerade ein besonderes Highlight, dann klicke auf den Button Highlight-Clip erstellen, wähle die Start- und die Schlusszeit und erstelle so ganz einfach ein Video in YouTube. Und während des Livestreams wird dir nun ein Highlight erstellt. Auf Kanälen mit aktivierter Monetarisierung kannst du auch eine Werbeanzeige wiedergeben. Den Stream beendest du ganz einfach im Ancoder über den Button Streaming stoppen. So einfach ist es also möglich, auf YouTube live zu streamen. Hat dir dieses Video weitergeholfen, freue ich mich über dein Abo und deinen Kommentar unter diesem Video. Und wünsche dir nun viel Spaß beim Live-Senden an deine Zuschauer. Tschüss und bis dahin.